Das ist die Schulze-Geditz-Schule. Sie wurde 1902 als kaufmännische Fortbildungsschule gegründet. Also das ist der Schulkiosk. Und da darf man alles raus. Das ist in der Schule und da ist der Haupteingang. Hier ist das Sekretariat. Man kann auf der Schulze-Geditz-Schule den Hauptschulabschluss, den mittleren Abschluss, die Fachhochschule Reiflung und die Koalifikation des staatlich geprüchten Betriebiersmacht. Das sind die Vertretungspläne und das ist das Lehrer-Ziel. Das sind alle Lehrer der Schulze-Geditz-Schule. Das ist unsere Schulbibliothek und die hat immer erste Gruppe von Hause offen und ist im ersten Stock unserer Schule. Also das ist das E-Gedäuse. Das ist das Internet-Coffee. Also das ist der Jolan, der wird von der Kostplatte in einer Klinik-Klinik-Klinik-Redaktion. Das ist der Nische an der Redaktion. Wir haben jetzt hier im Moment.